Die Welt ist so kompliziert geworden, die Informationen werden immer mehr, Experten und Expertinnen widersprechen einander, Menschen sind verunsichert. Woher kommt Hilfe? Unter anderem von diesem kleinen Liedchen, in dem ich, um Komplexität zu reduzieren, Dinge einander gegenübergestellt habe, unangenehme, gefährliche Dinge auf der einen Seite, angenehme, wünschenswerte Dinge auf der anderen Seite, erleichtert wird das dadurch, dass für diese Mollakkorde zum Einsatz kommen, für jene Durakkorde. Musik Dieser Pole, jener Pole, Hasparole, Balkanole, der Mongole, der Hupfdole, was ich nun vom Shop abhole, bei der Parkizustelle ärgerlicherweise, wie man es mittlerweile ja schon fast gewohnt ist, nicht einmal den Versuch unternommen hat, an der Haustür anzuklingeln. Obacht nun, ich wiederhole, Virussole, Guacamole, Pistole, Irgendwerbohle, zum Wohle. Musik 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 Vielen Dank.